Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. In diesem Video sind wir, das sind Jay und ich, mal wieder in Rechen und auf der Suche nach dem Bunker-Drail. Dieser ist berühmt-berüchtigt und ich bin ultra gespannt auf den Drail. Ich hoffe mal, ich werde nicht enttäuscht, aber bisher war Rechen so geil, dass ich nicht daran glaube, dass ich enttäuscht werde. Um zum Bunker-Drail zu kommen, fahren wir jetzt erstmal zwei Verbindungstrails, dann geht es an die Panzersperre vorbei zum Aussichtspunkt und dann zum Bunker. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Das Bindungsfeld kann auch Spaß machen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So, vielleicht kommt der zweite Verbindungsdrail. Schauen wir mal, wie der ist es hier. Der erste war ja schon mega spaßig. Das war's für heute. Geil, der Flick. 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 Geil, der Flick.